Meine Damen und Herren, wir befinden uns im Anflug auf die Zukunftsstadt. Ich möchte alle Gäste beten, sich warm anzuziehen und ihren Fallschirm einzupacken, denn es wird nicht gerade warm. Ja, und mit der schlechtesten Anmoderation der Welt sage ich Hallo und Willkommen zurück zu einem neuen Minecraft-Video. Ja, da dieses letzte Explosionsvideo gut bei euch angekommen ist, habe ich mir gedacht, mache ich noch eins und diesmal zerstellen wir kein Dorf, nein, eine ganze Stadt. Ja, ich hoffe ihr seht zuerst das Video, wo ich die Stadt ein bisschen gezeigt habe, denn die wird nicht mehr so lange bleiben, wie sie ist, dafür werde ich persönlich sorgen. Ja, und da vorne haben wir unsere Sachen auch schon vorbereitet bekommen, eine Elytra, wunderschön, nehmen wir mit. Und ich mache das extra in Creative nicht, dass ich wieder sterbe. Haha, sterben ist blöd. Ja, warum sehen wir hier so viele? Das kann ich euch sagen. Wir machen nämlich eine kleine Challenge, und zwar 1, 2, 5, 10, 20, 50. Wem das nicht sagt, das bedeutet erst 1 TNT, dann 2, dann 5, und so weiter. Jetzt habe ich die Raketen vergessen. Oh je. Sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Ja. Ja. Wir machen uns jetzt auf die Mission. Warnung vorab, es könnt ihr sehr legen. Also, bitte. Ja. Ja. Gut. Ähm, wie viel Epis haben wir denn gerade? Oh, 54 ist okay. Würde ich sagen, fliegen wir mal los. Und Geronimo! Oh. So, unserem ersten Ziel. Oh, das laggt schon beim Laden. Oh, die Stadt ist einfach so riesig. Wo fangen wir am besten an? Ich weiß wo. Im Herzstück. Nicht wundern, dass ich irgendwo zumal rauszaube. Das liegt jetzt daran, dass ich gucke, ob Camp nicht fließt. Hehehe. Ja. Okay. Jetzt fangen wir erstmal an. Wir haben uns an mit I-Impact. TNT. Jetzt packen wir hier hin. Den Denator dran. Connecten. Und auf Sicherheitsabstand gehen. Und Zündung. Verdammt. Okay. Schiffsrechtstick. Ja. Okay. Und Zündung. Hallo? Ah. Okay. Oh, das war ja noch relativ langweilig. Dann würde ich sagen, gehen wir über zu zwei. Man kann sogar hier rein. Oh. Das ist natürlich schick. Hm. Packen wir hier rein. Zündung. Und. Und. Hier noch einen anbalken. Und. Zündung. Boom. Immer noch ziemlich eng spektakulär. Da machen wir jetzt. Natürlich das. Zweifache. Zwei. Drei. Und. Vier. Hätte ich vielleicht vorher connecten sollen. Das war etwas. Äh. Blöd. Ich frage mich wie viel man retten kann. Gut. Und. Zündung. Oh. Alle gleichzeitig. Ich stelle dir das später bei den Hydrogen Bombs vor. Ja. Gut. Würde ich sagen, haben wir das Pack TNT abgeschlossen. Kommen wir zu den Physics Bomben. Davon müssen wir jetzt natürlich acht machen. Uiuiui. Eins. Machen wir hier noch. Oh, hier ist ein Bett. Oh gut, ne? Zwei. Drei. Was wird es jetzt gleich schon so halb rumlegen? Vier. Ja. Ich kann zählen. Fünf. Oh, hier unten wird es gleich. Uh. Ja, hier. Sechs. Sieben. Und. Acht. Haha. Mal kurz checken. Alles gut. Echt gut. Acht von den Physics Bomben. Drei. Zwei. Zündung. Oje. Ja, seht ihr die Blöcke fliegen? Blöcke Regen. Haha. Jo. So macht man das. Das waren jetzt grad mal Acht. und der computer denkt sich so nur aber wir seht ihr haben wir noch ordentlich was ich bin gerade ein bisschen stimmung ein bisschen mehr kaputt zu machen kein feuer mann na na wird sagen der haupt herz ist schon mal kaputt hier der physik bombereien ja das war das ist kein 16 ok auf jeder etage 1 stelle das war vor okay wir fangen hier an 321 zündung hallo ok 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 da schepperts raus und wie sieht die verwüstung aus so lala ich habe es mir krasser vorgestellt das können wir aber ganz schnell machen indem wir einfach mit den dynamit bisschen nachhelfen ok jetzt fehlt es wieder anzulegen das ist doch mal verwüstung unser schiff ist übrigens da oben da werden wir später wieder hinfliegen also wir müssen ja richtig schon machen boah nacht sieht aber auch cool hier aus da haben wir doch das ding hier das ist die nächste von 16 genau 32 das kann ich euch aber einmal wir sehen uns wieder wenn ich 32 bomben platziert habe so leute arbeit ist geschafft ich habe jetzt 32 bomben platziert und das schauen wir uns jetzt mal an feiern die bomben platziert ach du ja ok wird sagen ist halbting ist weg ein teil vor dem gebäude auch das war dann die bombe jetzt kommt sie noch die heidel zu bomben aber ich würde jetzt ein bisschen was mixen ich verstehe was ich meine das heißt sprich das mit dem und der also den dreien ich brauche noch irgendwas schönes was wir richtig runterrattern können oh yeah das davon sprich eher gut also ich würde jetzt einfach hoffen dass sie gezündet werden ich habe jetzt nicht an einen remote ran werde jetzt einfach ein bisschen was weg springen und hat sich alles explodiert ist ja nicht so schlimm meine wir haben genug sie noch mehr von dem hier ist ein paar physikalische eigentlich wären jetzt 100 dran gelbe platziert extra noch nicht die kommen später so ich würde sagen das reicht erstmal oder sollte bestimmt 100 sein oder würde ich sagen schießen wir hier ein von den reihen oh es geht ab hoch 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 lag die ach das deutlicher damit auch erwischt da noch nicht doch hat ja ich würde sagen das sieht nicht mehr so schön aus dass er ja ja da kommt jetzt eine heidel jim bomb zum einsatz merkt dass eine die passieren wir hier drauf alter wie viel fbs haben wir gerade 16 ist so schön gar nicht angenehm das wollte ich nicht okay zündung das ist keine explosion man sieht nur wie alles verschwindet was aber auch gut so finde ich seht ihr das komplette ding hier ist fast weg es war eine und das hat sogar mit das ding etwas zerfetzt ok würde ich mal sagen platzieren wir noch ein paar mehr sprich hier ein dran hier ein ins diamant ist schon diamant die kann man gut gebrauchen eigentlich ich sollte wirklich vielleicht mal das ding aus der hand nehmen vier stück und zündung zündung das war's das war er eben auch nicht so ein bisschen weiter okay jetzt jetzt kommt es jetzt kommt ok eine einturm haben wir oben schon mal weggesäbelt bis ganz nach oben hohohoho ich wollte gerade sagen wir haben nur okay weil die anderen noch nicht so ach ohohohoho alter what the fuck ohohoho ey ja da stand mal was die heilige bomb die gibt ja völlige power alter okay wenn wir jetzt da ungefähr von oben nach oben wobei ich glaube hier müssen wir einfach nur vier stück platz hier ist das ding auch weg oder was denkt ihr jetzt hier ein auf der spitze so hier oben rein einfach wunderbar dann gehen wir einfach mal ein bisschen von oben nach unten durch ja okay das ist nicht so wie ich dachte egal dann erzählen wir einfach hier ein hier ein hier hier und immer so weiter ja ich werde den computer jetzt absolut abgrundtief zu springen und damit auch alles explodiert habe ich mir auch noch wechselt dran gemacht und ich würde sagen feuer frei oje okay oder hätten jetzt auch schon was weggerissen es heißt ein bisschen mehr weg jetzt ist das gebäude wegreißen nicht okay 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 das ganze hochhaus ist weg leute alter das ganze fricking hochhaus so rechtes auch ich dachte und es lädt noch weit entsteht auch schon help okay 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 wir haben hier noch ein paar sachen kommt wir wissen welche die beste ist übertreiben jetzt komplett ja ich weiß übertreiben kann ich gut wasser explodiert ja nicht bisschen die wege lang ja so ist doch schön ja hier noch ein paar leckt jetzt schon computer weiß was nicht kommt das wird so oberkrass ok leute seid ihr bereit für die totale zerstörung in 3 2 1 und es leckt alles mein mein scherz es lädt nur ok ok die eine plattform ist weg und sie nein es lädt noch es lädt noch leute es lädt noch wir haben ja jetzt schon ein riesen krasser hier drin ich muss das ganze dinge auch hochgehen erzählen dass der mal lebt hat ich bitte euch ok lädt aha ja hier hätte mal ein atomkrieg stattfinden können ok die komplette stadt selbst die hochhäuser verschwinden wie im erdbohren alter schaut euch das an was ist das ne explodiert noch bau ho 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 alter flieg mal ganz kurz da Also wenn ihr mal wirklich Spaß haben wollt mit TT, dann ladet euch den Mod runter. Ja ne, also ich würde sagen, wir sehen uns wenn ihr alles fertig geladen habt. Ja Leute, also ich warte wirklich schon gefühlt 10 Minuten und es lädt immer noch. Also und ihr seht das Ausmaß. Ich kann euch mal zwei Bilder einblenden. Vorher und nachher. Ja, wir haben auf jeden Fall ordentlich was zerstört. Und ich meine, unser Ziel ist ja noch nicht abgeschlossen, wir müssen ja wieder zurück zu unserem Raumschiff. Da ist, die Frage ist noch, wo ist es? Wobei ich glaube, wir können das gar nicht, während das hier noch lädt. Warte mal, wo war der Spawn? War doch hier war der, ne? Das heißt unser Schiff muss da hinten sein. Alter. Oh. Zähl mir gar nichts. Ähm. Ich glaub wir haben die Welt ausgelöscht. Äh. Help. Help. Help me. Is anybody there? Hä? Was? Was? Die ganze Welt hängt hinterher. Oh jetzt. Ah. Okay, wir haben den. Wir haben vielleicht 5% der Stadt zerstört. Mehr aber auch nicht. Alter. Das ist krass, was nur ein paar von diesen Hightechim-Bombs drauf haben. Frage ist jetzt, wo ist unser Schiff? Hm. Hm. Da nicht. Lol. Zeig nicht, wir haben es mitgesprengt. Das wäre jetzt natürlich nicht so praktisch. Ich glaub es war halt die Richtung. Die Welt mal laden würde. Hm. Das war doch da oben. Ja, es muss in die Richtung sein, weil die Jets hier nämlich lang fliegen. Aha. Genau, da ist es. Vollkommen unberührt. Ich dachte schon, wir haben einen Teil unseres Schiffes verloren. So, ich würde sagen, Auftrag abgeschlossen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt, lasst uns Städte in die Luft sprengen. Bis dahin, macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.